Hallo Leute, willkommen in meinem Ernest im Wunderland-Kanal. Wir sind jetzt in Island. Island ist ein schönes Land. Und wir sind jetzt hier beim Vulkan. Hier seht ihr das Lava. Aber leider ist es schon wieder trocknet. Das, ihr seht ja, da raucht es schon. Also es ist sehr gefährlich, wenn man da drauf geht. Es ist überall frei mit Lava. Und wir gehen jetzt zurück aus das Vulkan. Und wir gehen jetzt zurück. 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 Vielen Dank.